Welche Faktoren beeinflussen das Überleben von Glioblastomen? Geschlecht und Alter sind die beiden wichtigsten Faktoren, die die Überlebensrate von Glioblastomen bestimmen. Studien zeigen, dass jüngere Patienten und Frauen länger leben als ältere Patienten und Männer, bei denen diese Form von Hirntumor diagnostiziert wurde. Die langfristigen Überlebensraten für diese Hirntumoren werden als mehr als fünf Jahre definiert. Nur zwischen 10 und 30 Prozent der Patienten mit Glioblastom erreichen ein langfristiges Überleben. Patienten, die Krampfanfälle erleiden, sterben schneller. In zahlreichen Studien wurde versucht, Faktoren zu bestimmen, die das Überleben des Glioblastoms beeinflussen, und dabei die beruflichen, ökologischen und genetischen Risiken zu berücksichtigen. Die Studien ergaben, dass keine dieser Variablen das Überleben drei Jahre nach der Diagnose bestemmt. Alle an der Forschung beteiligten Patienten wurden operiert, um den bösartigen Tumor zu entfernen, und es wurde eine Strahlentherapie durchgeführt, die die Standardbehandlung nach der Operation darstellt. Die meisten Patienten erhielten auch eine Chemotherapie. Glioblastoma Multiforme ist ein Primärtumor des Gehirns, der das Zentralnervensystem betrifft. Es gilt als die tödlichste Form von Gehirnkrebs, da abnormale Zellen schnell wachsen. Nur ein kleiner Prozentsatz der Gehirntumoren passt in die Kategorie der Glioblastome, die im Harnstamm oder im Rückenmark auftreten können. Typischerweise sind Menschen über 50 Jahre alt und die meisten sterben innerhalb eines Jahres, wodurch die Überlebensrate der Glioblastome niedriger ist als bei allen anderen Krebsarten. Zu den Symptomen gehören normalerweise Kopfschmerzen, die schwerwiegend sein und Krampfanfälle verursachen können. Patienten mit diesen Herntumoren können auch Sprachprobleme und Sehstörungen aufweisen, abhängig von der genauen Position des Tumors. Bei einigen Patienten tritt eine deutliche Veränderung der Persönlichkeit auf. Bei der Diagnose von Hirntumor werden häufig hochempfindliche Geräte eingesetzt, die ein dreidimensionales Bild des Gehirns projizieren, das durch einen in den Blutkreislauf injizierten harmlosen Farbstoff verbessert wird. Biopsien werden üblicherweise durchgeführt, wenn der Tumor entfernt wird, um festzustellen, ob er bösartig ist. Ärzte testen in der Regel auf andere Zustände, wenn ein Gehirntumor festgestellt wird, zb das Versagen anderer lebenswächtiger Organe. Neurochirurgen versuchen routinemäßig, den gesamten Tumor zu entfernen, ohne die Funktionsfähigkeit des Patienten zu beeinträchtigen. Die Überlebensrate von Glioblastomen erhöht sich möglicherweise nicht mit der oralen Chemotherapie und der Strahlentherapie, kann jedoch die Lebensqualität und das kurzfristige Überleben verbessern. Das langfristige Überleben des Glioblastoms wird nach der Behandlung als mäßig definiert. Nur drei bis fünf Prozent der Patienten leben mehr als drei Jahre. Diejenigen, die Anfälle vom Tumor erleiden, leben typischerweise etwa sechs Monate nach der Operation.